Zürich, Horge, Jona, Spreitenbach, Niederwangen, Füllinsdorf, Chur, Sur, 40 sind es insgesamt. Speziell bei unserer Faust-Bad-Ausstellung ist Vielfalt. Eine Faust-Bad-Ausstellung sollte man besuchen, weil wir die schönsten Variationen ausgestellt haben. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man all die Materialien und Produkte live sieht. Wir haben auch ganze Koien ausgestellt, die ganze Bäder simulieren, wo man sich das auch in einem Raum vorstellen kann. Speziell sind die WSP-Platten, also die fugenlosen Wandbeläge, die man für die Dusche machen kann, mit integrierten Nischen. Live anschauen müsste man unbedingt die Spiegelschränke. Sicher ein guter Teil, wenn man mal die Bodenebene-Tuschen sieht. Besonders beeindruckend sind beide die Twin-Line, die wir ausgestellt haben. Ich denke, es sind die fugenlosen Wandbeläge, in denen man die Duschnischen einbauen kann, auch diese mit dem integrierten Licht. Das Gesamtbild, dass man wirklich den ganzen Raum sieht, wie er mit den ganzen Emotionen mit dem Licht rundherum wirkt. Ich finde es halt mega cool, dass man alles miteinander vergleichen kann. Man steht jetzt vor einem Dusch-WC, du hast nebenan eine andere Marke, die du direkt vergleichen kannst. Der grosse Vorteil, wenn man in einer FUSB-Ardau-Stellung geht, ist, dass der Berater, den wir dort haben, von A bis Z alles macht. Das heisst, der kommt nach Hause ausmessen, macht Bemusterung, die Aufwerte zusammenstellt und macht am Schluss auch die Abnahme. Und das ist sicher einzigartig, dass man jemanden hat, der das Projekt von A bis Z begleitet. WDR 5 precedentes WDR 5 WDR 5 WDR 7